Herzlich Willkommen zurück zur Pokémon Pearl Edition, meine lieben Freunde. Ja, heute möchten wir uns dem Duellturm stellen. Da ist ja da unten Cresselia. Ich nehme das ja auch bevor ich Cresselia gefangen habe, aber im Next, im Part davor, werdet ihr bereits gesehen haben, dass ich Cresselia fange, deswegen wundert euch nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt erst einmal abspeichern. Und ja, was erwartet mich denn im Prinzip im Duellturm? Ich habe ja schon mit Bronx Wogli hier ein bisschen gekämpft. Was ich euch jetzt erst einmal zeigen will, ist, was passiert, wenn man in den Kämpfen 15 bis 21 hier antritt. Denn dann kommt ein ganz spezieller Mensch. Wie gesagt, 1 bis 7 habe ich ja schon mit Bronx Wogli gemacht. 8 bis 14 habe ich dann einfach außerhalb der Kamera gemacht. Und jetzt müssen wir schauen, was hier kommt. Eine Sache, die man erwähnen muss, ist, dass hier zum Glück zusammenhängende Sätze von den Trainern erfolgen. Das war auch mal anders. Also es war tatsächlich mal so, in der dritten Generation, dass irgendwelche Wörter zusammengesetzt wurden. Und da kamen dann so Sachen raus wie, deine Mutter ist dein Vater. Und ich mache keine Witze. Das ist tatsächlich in den Top 5 der englischen Dinger so. Diese drei Pokémon, die ich genommen habe, sind, glaube ich, hier tatsächlich am besten. Strohi so ein bisschen für die Defensive. Saphira ist natürlich für die Offensive sehr gut geeignet. Strohi kann zum Beispiel hier diesem Sandsturm sehr gut entgegenwirken. Also von daher wird das funktionieren. Das probiere ich jetzt auch mit meinem originalen Team. Das müsste noch hinhauen. Aber wenn ich dann tatsächlich bis 49 es probieren möchte, da werde ich dann Hilfe benötigen. Das wird ohne, in keinem Fall funktionieren. So viel kann ich euch schon mal sagen. Da werde ich ein neues Pokémon holen müssen. Aber soviel erstmal dazu. So, das ist viermal stark. Also eigentlich, eigentlich darf Kamerub das hier nicht überstehen. Ja. Alles andere hätte mich nicht nur extrem gewundert, es hätte mich im Prinzip aus allen Wolken geschossen. Also von daher. Und natürlich gibt es hier keine Level. Das hier ist ja im Prinzip einfach nur ein CP-Kampf gegen einen PC-Sor. Manntags. Da habe ich nicht wirklich was für. Ich habe Miss Egg, die defensiv ebenfalls. Wie du siehst, ich habe zwei Pokémon, die eher defensiv orientiert sind. Und eins, was sehr offensiv orientiert ist. Probiere ich mal mit Saphira. Bei ihr ist es halt immer, ich muss den Wechsel überleben. Was in diesem Fall gut geglückt ist, weil man tagsüber seinen Zug mit Regentanz verschwendet hat. Danke. Sodass ich mich jetzt darum kümmern kann, es mit Donnerblitz anzugreifen. Und das ist auch erneut viermal stark. Also eigentlich nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste, dass ich das nicht überlebe. Wow, okay. Gut, Blubstrahl wurde natürlich durch Wasser etwas verstärkt. Das ist, das ist klar. Also von daher, gut, aber keine Chance, dass man tagsüber überlebt. Obwohl es, was die Spezialteinigung angeht, durchaus nicht zu unterschätzen ist. Obwohl, das ist schon gar kein so einfacher erster Kampf. Weil ich gegen Kamerupte eben gleich mal ziemlich gewollt, weil ich hätte natürlich auch mit Psychokinese draufhauen können, aber war mir dann vielleicht doch ein bisschen zu riskant. Okay, Sengu. Ich habe jetzt kein Pokémon, was Kampfattacken direkt beherrscht. Morlat wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, ich mache das mit Psychokinese. Und schau mal. Oh, scheiße. Oh Gott. Das ist, das ist nicht gut, aber klar, es war Steppe drauf. Mal schauen, ob das vielleicht eventuell geht. Nein. Ja, und jetzt habe ich mich selbst umgebrannt, weil natürlich hat mein Tobutz ein Lebenort. Aber die Nassdok ist ja vorbei. Jetzt zählt sowieso alles was ganz anderes. Ich möchte euch das nur zeigen, weil es hier relativ interessant ist. Was ich nicht holen werde, sind alle Statuen. Weil für alle Statuen muss ich unter anderem 50 Trainer im Doppelkampf besiegen. Das wird noch gehen, 50 im Multikampf. Das geht schon nicht, weil ich kann mich hier mit niemandem verbinden. 51 im Link-Multikampf. Das geht noch weniger. Also von daher, das ist definitiv keine Option. Aber da bekommt man eben immer Sachen, die man dann in seine Geheimbasis im Untergrund stellen kann. So, okay. Sengu ist damit besiegt. Das war aber auch ziemlich knapp. Ich finde ja mit Schlitz abgezogen. Das war jetzt eigentlich ein ziemlich harter erster Kampf hier. Ich hoffe, danach beruhigt es sich einigermaßen, weil ich muss noch sechs Konsorten besiegen. Und natürlich werden meine Pokémon mal aufgeheilt. Also sonst wäre das ja, wäre das ja... Sonst würden nur die Hardcorigsten der Hardcorer das schaffen. Also, so 0,5% der Pokémon-Spieler würden dann vielleicht 100 Siege in Folge gewinnen. Wenn man sich bei sieben Trainer wirklich nie aufheilen dürfte. Also von daher. So, Relikant. Das kann ich mit Donnerblitz gut erledigen. Aber da Relikant jetzt nichts wirklich hat, bei dem es mich mit einem Schlag besiegen kann, würde ich mich einfach mal mit Renkeschmied ein bisschen aufbauen. Ah, sehr gut. Er benutzt Herdner. Das tangiert mich überhaupt nicht, da ich ja mit meinem Spezialangriff angreife. Aber ich glaube, ich greife jetzt trotzdem mal an. Ich glaube, einmal Renkeschmied reicht auf jeden Fall für Relikant aus. Und die Idee ist natürlich, dass ich dann so mächtig bin, dass die Pokémon, die danach kommen, ebenfalls relativ schnell von mir erledigt werden können. Ob das funktioniert, ist wieder die andere Frage. Aber zumindest sollte es eine Theorie so sein. Genau bei Cargo ist beispielsweise so ein Fall. Das ist jetzt defensiv kein Megakünstler. Und von daher müsste eine einfache Psychokinese mit Leben-Op und einmal Renkeschmied. Das hat immerhin den Spezialangriff um 100% erhöht. Ausreichend, wie ihr seht. Das funktioniert auch so. Diese Taktik habe ich ja auch bei Teresa in den Top 4 verwendet. Und es jetzt ziemlich gut funktioniert, wobei da Leben-Op nicht dabei war. Hier kann man dann tatsächlich sicher sein, dass man die Pokémon mit einem neutralen Angriff erledigen kann. Genau. Und jetzt natürlich Kikli. Weg mit dir. Ja. Ja. Gut. Ist auch etwas, bei dem ich nicht wirklich erwartet habe, dass wir es lebend sehen werden. Von daher. Und genau so läuft so ein Kampf eigentlich idealerweise ab. Schwierig wird es dann, wenn ich jetzt nicht auf einen Pokémon treffe, bei dem ich sage, okay, da möchte ich Saphira in der ersten Runde eigentlich nicht drin haben. Oder da möchte ich sie austauschen. Sobald man eigentlich Renkeschmied eingesetzt hat, ist es eigentlich keine gute Idee mehr zu tauschen, sondern dann soll man einfach draufhauen, mit was geht. Und ihre Typen machen jetzt zum Glück so, dass wenn Unlicht-Pokémon kommt, sie mit Donnerblitz draufhauen kann. Deswegen, weil sie sollte schon, sobald ich es hat, Renkeschmied, dann muss ich es immer versuchen. Da bringe ich jetzt eine Eisattacke für. Habe ich nicht. Drache habe ich auch nicht. Aber es ist nur ein Draschel. Das heißt, so viel Schlimmes kann es mir nicht antun. Von daher mache ich erneut die Renkeschmied-Taktik, um hier durchzukommen. Okay, Krimasse ist jetzt ehrlich gesagt undankbar, weil ich brauche Init. Von daher, bevor es meine Init jetzt komplett nach unten senkt, ich bin immer noch schneller als Draschel, aber Draschel ist auch so langsam, greife ich lieber mal an, um einigermaßen auf den Musil zu gehen. Und ihr seht, es reicht schon. Das ist gut. Aber das ist eben immer so ein bisschen das Risiko, was man mit Renkeschmied eingeht. Dann setzt der Gegner eben auch mal was ein, was meine Statuswerte verringert. Dann habe ich ein Problem. Ja, zum Beispiel jetzt Magnein. Und das ist wirklich ein Problem, weil meine Ene dem zusätzlich noch gesunken ist und Magnein wahrscheinlich schneller sein wird. Ja, genau. Aber wie gesagt, sobald man einmal Renkeschmied eingesetzt hat, ist es eigentlich wirklich eine schlechte Idee zu tauschen. Da muss man einfach versuchen, zu schaffen, was geht. Genau. Und jetzt habe ich zur Aktion, ich schaue es mit Donnerblitz, ihn zu erledigen oder nicht. Aber der Trainer wird es nicht auffallen, weil man keine Items benutzen darf und dann kann Morlaut das nächste Mal den Rest... Oh, sehr gut. Sehr gut. Wenn ich jetzt dementsprechend Glück habe, schaue ich sogar den nächsten Zölder, den mal genau beim Durch-Leben-Mob wird noch ein bisschen was übrig bleiben. Okay, Chalka rein. Da kann ich... Oh, ich bin schneller. Okay. Ich meine, Chalka rein ist auch ziemlich langsam. Ich glaube, ich glaube, es ist sogar noch langsamer als Trashel. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Oh. Oh, aber das hingegen, ob ich jetzt jetzt noch schaffe, trotz der Quarko-Beere, es ist kein Step. Jo. Gut. Gut. Es hätte auch durchaus ins Auge gehen können, aber... Okay, Doppel-K.O. Ja gut, was auch immer. Ich meine, CT ja jetzt nicht wirklich, sondern da geht es wirklich nur darum, dass man den Gegner letztendlich besiegt. Und zwar egal wie. Da kann man sogar Explosionen einsetzen. Wir sind ja ja in keiner Nas... Wir sind ja ja nicht mehr in einer Naslog, auch wenn das alles noch auf dem Rahmen steht. Übrigens, dass das noch im Titel steht, hat einfach nur den praktischen Grund, dass es sonst in der Suche schwierig wird, die Parts miteinander zu verbinden. Deswegen, und das ganz ruhig ist, ist das Naslog angelegt, deswegen steht es doch im Titel. Aber, ja, an und für sich ist sie, wie gesagt, vorbei. So, wie sehen, Joa, das bietet sich erneut super für die Taktik an, weil ich bin mir jetzt immisiert, dass eine Psychokinese nicht ausreichen wird. Aber, wenn ich das dementsprechend... Hat der mir gerade meinen Leben-Mob weggenommen? Toll, jetzt habe ich Wahlband. Verdammt. Ja gut, äh, dann darf ich jetzt definitiv nicht mehr Renkeschmied einsetzen, weil wenn ich Wahlband habe, dann ist das nicht mal, nicht mal, nicht mal im allerkleinsten Fall noch eine Option. Ich glaube, da sollten wir jetzt alle einig sein, aber dementsprechend ist, also das ist jetzt zum Beispiel nie eine Taktik, die ich verwenden würde mit, mit Wahlband. Ich mache es viel lieber mit Renkeschmied. Das Problem ist halt, dass sich jetzt mein Angriff auf 50% erhöht und das nützt mir überhaupt nichts. Ich kann es natürlich auswechseln, dann hebt sich der Effekt auf, dass ich nur eine Attacke einsetze. Davor, mein Item bekomme ich dadurch nicht wieder. Das bekomme ich erst nach dem Kampf wieder meinen Leben-Orb. Zum Glück ist es nicht für immer weg. Da würde ich aber auch Epshit gehen, wobei das hier sowieso nochmal anders ist. Items, die man hier verbraucht, sind danach immer wieder da. Beispielsweise, wenn man bei Magnison einen Ballon einsetzt, dann ist er einfach wieder da. Und ich hätte gerne Flammenwurf eingesetzt, aber geht nicht. Ich habe das Wahlband, von daher muss ich mir Psychogenese weiter angreifen. Oh, und das reicht. Okay. Gut, das hat dann sogar ohne Leben-Orb funktioniert, weil es mir ja tatsächlich diesen Boost an Stärke gibt, der mich eigentlich mit genug Selbstvertrauen ausstattet, dass ich das hier ohne Probleme schaffen kann. Aber in dem Fall konnte ich mich ja nicht wirklich drauf verlassen. So, dann schauen wir mal. Als nächstes ist dieser Clown dran, der merkwürdig lacht. Ja, was auch immer. Okay, Radikal. Das ist erneut etwas, bei dem es wieder die gleiche Richtung geht, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Radikal mit Superzahn eröffnet. Und dann wäre die Frage, wie ich danach fortfahre. Aber ich bin mir einfach in vielen Fällen ziemlich sicher, wenn ich Psychogenese einsetze, bleibt ein bisschen was übrig. Und ich müsste dann eh zweimal angreifen. Also warum nicht einmal Ränkeschmied einsetzen, um für die vollen Cap auch noch ein Vorteil zu haben. Und seht ihr, Superzahn, wie ich gesagt habe. Aber ja, deswegen, wenn jemand sagt, ich kann ihn doch auch mit zwei Angriffen erledigen, warum soll ich dann eine Verstärkungsattacke einsetzen? Für die danach. Weil dann ist man dauerhaft verstärkt und hat gegen die anderen auch noch einen Vorteil. Das ist im Prinzip der ganze Joke dahinter. Was? Nochmal ein Sengu? Also ihr seid ziemliche Sengu-Fans hier, kann das sein. Hab doch gerade eben erst eins erledigt, aber ja, ich meine, bei dem ist doch knapp was übrig geblieben, oder? Wie waren das nochmal? Ja gut, diesmal ist es auf jeden Fall tot. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich es tatsächlich mit Saphira angekündigt habe oder ob es mit jemand anderem war. Aber ich glaube, es war mit Saphira. Und Methan. Das ist jetzt wieder so ein Fall, bei dem ich froh bin, dass ich kein Wahlwand habe, weil da würde ich für Psychonese gar nichts ausrichten können. Letztendlich wäre es schwierig, es zu tauschen. Gut, wenn ich ein Wahlband hätte, würde ich aber auch nicht Ränkeschmied einsetzen. Von daher wäre die Situation dann ein bisschen anders. Aber so kann ich variieren zwischen meinen Attacken, weswegen ich den Lebenorb deutlich bevorzuge. eigentlich macht ein Wahlitim nur Sinn, wenn man wirklich viel Inlet braucht, wenn man Wahlschalen nimmt, weil dann die Inletim 50% steigt. Das kann mir mein Lebenorb nicht geben. So viel bin ich bereit zuzugeben. Aber ansonsten, wenn man einfach nur seinen Angriff verstärken will, lebt doch viel lieber ein Lebenorb. Wirklich. So, okay. dann Methang. und ihr seht, wenn ihr einen klassischen Sweeper habt, der schnell und stark ist, dann sind diese KP, die verloren hier kein Problem. Klar, ingame ist es beschissen und nervig. Aber ansonsten, wenn man hier so spielt und man sich je nach jedem Kampf auffällt, ist es eigentlich kein großes Problem. Boah, sehr gut. Es geht daneben. Jetzt hatte ich Angst, dass es gerade läuft wie vorher. Aber irgendwie, ich meine, jetzt haben wir schon wieder das zweite Mal Methang. Wir hatten schon zweimal Sengo und diese Krimassen-Taktik sehe ich jetzt auch schon das zweite Mal. Also, irgendwie kann man hier so gewisse Parallelen zwischen den einzelnen Leuten erkennen. Fällt es euch auf? Aber gut, ihr merkt, ich muss gar nicht so setzen, meinen defensiven Pokémon greifen nur beim ersten, sondern Saphira kann das hier ohne großen Problem erledigen. Das wäre jetzt wieder was, Stroh sich gut drum kümmern könnte. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich Ränkeschmied oben habe, geht das auch so. Und das ist ja auch die Idee. entweder man beginnt mit jemandem, der irgendwie das gesamte Team trollt mit etwas wie Tarnstein oder Riftstachel oder man beginnt erst mal mit einem Sweeper, schaut zu erledigen, was geht, gerade wenn man es aufgepowert hat oder wenn jemand etwas hochmutet oder sowas hat. Und dann schaut man mal, was man mit seinen defensiven Pokémon in oder ja reißen kann, während der Kampf länger geht. Weil die sind natürlich immer gut, in der Hinterhand zu haben, sag ich mal. einen Sweeper in der Hinterhand zu behalten, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil letztendlich, da kommt dann rein und man muss ewig mit seinen defensiven Pokémon dagegen kämpfen, kann vielleicht ein, zwei erledigen. Ja, nee, ich halte, ich halte es anders für, für sinnvoller. So, sehr schön, damit ist Loris besiegt und dann schauen wir doch einfach mal, was jetzt passiert. Wir halten deine Pokémon. Ja, ja, klar. Ich beglückwünsche dich zu deiner Siegesserie, Siegesserie, herausforderer. Der Kampfkoloss ließ mir stellen, dass er von dir beeindruckt ist. Kampfkoloss? Ja, er erkennt deine Fähigkeiten an und wortet dich zu einem Kampf heraus. Okay, ist das stark? Natürlich, er ist der Kampfkoloss. Bist du bereit? Okay, was immer der Kampfkoloss ist, aber, ja, klar, schick ihn her. Äh, Hi, Hi, hier ist der Viktor. Oh, Mann. Du bist, richtig, mir geht das Vater. Und, ich erinnere mich noch an dich, ich kann mich noch an dich erinnern, ich erinnere mich noch an dich aus Zweiblattdorf, das hat man mit meinem Sohn Günther gespielt. Mensch, bist du gewachsen, sehr beeindruckend, deine Entwicklung ist eine Zeit, dass du es mir zeigst. Ich meine, das ist man, dass dich untrennbar mit deinen Pokémon verbindet. Zeige mir die Fähigkeiten, die du dir als Trainer angeeignet hast. Ja, das ist der erste von zwei Kämpfen, den man hier gegen Viktor machen kann. Ja, Viktor ist natürlich eine offensichtliche Anspielung, ein Sieger. Und tatsächlich, er ist ein Mega-Champion und er hat es geschafft, den Familienflug zu brechen, in dem er einigermaßen langsam und voll schnell nicht reden kann. Milotic. Das ist jetzt schon mal von einem ganz anderen Kaliber, als die Gegend, die wir da vorgekommen haben. Ein vollentwickeltes, starkes Milotic ist nicht einfach zu bezwingen. Milotic ist allerdings offensiv auch nicht so stark, dass ich mich jetzt fürchten müsste, dass es mich mit einem Schlag erledigt. Von daher, Renke schmied erst mal. Wobei, Hydro-Pumpe könnte schon böse werden, aber ich glaube einfach mal, dass mit 75 Spezialverteidigung ich das überstehe genau. So, und jetzt kommt es eben drauf an, reicht jetzt ein Donnerblitz. Milotic hat eine sauhohe Spezialverteidigung, aber wie gesagt, Demorb, Renke schmied, sehr effektiv. Ich warte einfach mal ab. Das wird spannend zu sehen. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich noch zwei Kämpfe schaffe, einfach aufgrund dessen, dass ich wirklich noch wenig KP habe, aber theoretisch zwei Angriffen mit dem Lehmob könnte ich noch überleben. Aber Rihonio, wobei der nicht so eine hohe Verteidigung hat wie Milotic, soweit ich weiß, das ist uns Spezialverteidigung. Ich bin mir jetzt bei Rihonio nicht ganz sicher, aber ich glaube, Rihonio ist eher so in Richtung KP. Schauen wir mal. Oh, es reicht. Gut. Sehr schön. Ich versuche immer, dass ein letztes Pokémon ist. Entweder wir sterben, weil ich gleichzeitig oder... Tragoman. Ich müsste schon sehr optimistisch sein, um zu sagen, dass das reicht. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich die falsche Attacke ausgewählt. Ich habe Psychokineser auswählen sollen. Es hätte noch zusätzlich Stepped gehabt, weil es ist natürlich neutral. Das wird nicht reichen. Ne, ne, ne. Heutlich verdrückt. Aber, noch ist nicht aller Tage Abend. Ich habe ja... Ich kann die Kante. Ich habe ja Miss Egg in diesem Fall. Stroh ja leider keine Eisattacken. Entschuldigung müsste ich nehmen. Ja, doch, mache ich. Ich muss halt hoffen, dass es mich nicht gerade mit einer starken physischen Attacke trifft, weil sonst habe ich ein riesiges Problem, aber wenn ich mit Eisstraßen... Oh. Oh. Verdammt. Ich sehe hier ehrlich gesagt keine großen Überlebenschance für Miss Egg. Oh, Scheiße. Ich will das nicht alles nochmal neu machen. Verdammt. Strohi. Strohi, du musst es schaffen. Also irgendwie... Kannst du das bestimmen, oder? Du bist Strohi. Die Weise hat das ja doch ins Gesicht geschrieben, aber andererseits... Es hat jetzt nichts wirklich, was... Mein Erdbeben macht überhaupt keine Wirkung und Kaskade ist nicht sehr effektiv. Ich probiere es mal mit Geno. Es ist... Oh, Scheiße. Wie viel zieht das ab? Geno ist in diesem Fall die beste Option, weil er dann schlafen geht und ich dann mehr als genug Runden habe. Wenn ich jetzt versuche, ihn nach und nach zu schwächen... Sehr gut. Weil ich jetzt versuche, ihn nach und nach zu schwächen, werde ich das Problem haben, dass er mir viel mehr Schaden macht, als ich ihm. Er kann mich mit drei Treffern erledigen und ich werde zwar auch drei Treffer für ihn brauchen, aber es ist bei ihm wesentlich gefährlicher, weil er mich mit einem Volltreffer einfach erledigen könnte. Selbst das könnte ich nicht. So, jetzt schaue ich mal, wie viel zieht Stärke denn ab. Das ist wenigstens neutral. Ich bin... Ich habe diese Farge nur vergessen rauszumachen und jetzt bin ich ganz froh, dass ich sie noch habe. Yes! Strui! Du hast es geschafft! Einfach unglaublich, dieses Morlord. Gegen einen großartigen Trainer will ich zu verlieren. Damit kann ich leben. Du hast wirklich die schnelle Rederei bezogen. Bravo! Ich stimme froh, wenn man so mich eines Tages herausfordert. Dose wie du es heute getan hast. Diesen besonderen Tag freue ich mich aus ordentlich. Du wirst noch geschickter sein, noch besser als dein eigener Vater. Du kriegst meinen Vater? Fordere weitere Trainer aus der Welt hinaus und lass deine Persönlichkeit weiter wachsen. Pass mal auf, dass du nicht zu enttäuscht sein wirst, wenn du ihn dann so enttäuschst. Genau, wir erhalten jetzt 20 Gewinnpunkte. Endlich mal sowas wie viel. Und wir erhalten spezielle Bänder. Genau. Nächsten Part mache ich dann weiter beim zweiten Kampf gegen den Kampfverlust. Bis dahin, danke für den Daumen hoch. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Pokémon Pearl Edition. Genau, 20er Siegerserie. Und wir erhalten diese Trophäe dafür. Die Bronze Trophäe. Und wie man weitere kriegt, sind wir dann nächstes Mal. Die Bronze Trophäe. Die Bronze Trophäe. Untertitelung des ZDF, 2020